jo servus es geht mal weiter bei minecraft bs4 so was ist ja eigentlich mit mein hund los ich hab den eben gerade mal etwas getroffen so was hatten wir denn jetzt hier noch gehabt was müssen wir dann noch bauen ach stimmt dazu haben wir diesen weg gebaut genau und wir hatten diesen stall fertig würde ich sagen meine güte kommen denn die alle her oder und ja haben wir so viele probleme mit hunden ein bisschen beschreiben wie weit hat man jetzt diesen weg bist du schon ja ich dachte schon ich hab mir den fertig okay hat man eingestellt und hab zäune zäune brauchen wir auch noch hier irgendwann mal ne was mir das brauchen eh leute ist der hammer das ist der hammer na toll jetzt habe ich diese stoppuhr wieder nicht gestellt naja egal so ich weiß gar nicht warum wir bei wem so viele hunde sind ich verstehe das gar nicht ich verstehe das gar nicht also ich hab hier drinnen ja was haben wir denn schwein und schabe oder was haben wir bestimmt hier zweierlei drinnen das verstehe ich jetzt gar nicht so das ist egal da ist noch eine sau ich glaube das hier mit meinen dieren eh nicht die machen was sie wollen hier alle hier sind diese kühe drinnen ok hier ist noch eine sau die arme sau die muss jetzt sterben jawoll perfekt da kann ich noch ein bisschen fleisch für meinen hund grillen weil manchmal tue ich noch aus Versehen erwischen also ich mein hauen und dann naja da muss ich noch halt irgendwie wieder lieb gewinnen äh gewinnen äh gewinnen äh gewinnen äh gewinnen 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 naja ich bin es schon ich muss ihn einfach wieder lieb ähm lieben ich gehe mal eben kurz in den nieder ich will mal gucken was hatte ich schon im nieder jetzt schon alles ähm gemacht wollten wir da nicht auch irgendwie eine basis oder sowas bauen ich muss jetzt mal gucken also heute ist ein bisschen die folge wird ein bisschen verwirrt weil ich habe schon lange nicht mehr ja ich habe ja immer so viele projekte und zurzeit habe ich auch wenig zeit zum aufnehmen habe ich jetzt schon ein paar streams wo es live war hochgeladen ja und dann gucken wir jetzt einfach mal niederrhein ist natürlich ganz vom weg abgekommen was ich da jetzt schon gemacht habe und was wollten wir denn noch machen leide da müssen wir echt jetzt mal schauen ja ne blub 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 hier haben wir doch schon unseren nieder ja wohl drei mit mir schwupp uuuu jawoll ach gott bin ich hier auch hier auch hier muss ich mal raus stimmt ja wir hatten ja jetzt schon stimmen wir hatten hier schon ein bisschen was gemacht das stimmt jetzt fällt mir sein und wollten dann den weg oder irgendwas wollten wir hier machen habe ich noch so eine haxte so eine spitzhacker ja da ist auch noch eine stein spitzhacken jawohl da kommen wir eigentlich mal so ein bisschen blöd ist auch mir kommen manchmal der trüben raus ne das war vielleicht hier und hatte ich hier nicht eigentlich auch noch so ein so ein ähm in biegs zu so einer burg gehabt war denn das hier ja wir war denn das hier war da irgendwas ne hier war da irgendwas ach hier unten genau jetzt fällt mir sein hier unten haben wir irgendwas bei hier steinemäßig wir können wir ja trotzdem mal diese diesen weg ein bisschen noch hier hübsch machen weil ich komme ja auch manchmal hier raus dass ich hier nicht gleich ich sag mal hier abstürzt ne machen wir das einfach mal jetzt hier so ein bisschen hübsch noch okay was ist denn das hier sand ja sand okay man muss echt immer ein bisschen hier mehr dran arbeiten dass man weiß was hat man dann getan aber gut ist jetzt nicht allzu schlimm es gibt schlimmeres ich bin ja schon mal froh dass diese ähm diese dinger bei mir wachsen ja diese nederwarzen das finde ich ja schon cool dann machen wir hier genau da machen wir hier unten noch ein stückchen weg heran die musik ist auch ganz ewig hier in der hölle die neder finde ich nice auch richtig nice jetzt müssen wir mal gucken dass wir hier unten diesen boden auch noch ein bissl hübsch machen es kann natürlich sein dass ich hier einbrechen werte aber wir haben ja hier einen sneak modus eingeschalten das geht ja mal ne wer ist es dies will ich nicht haben nein das will ich nicht wo ist denn hier mein also ja ach du meine geht was ist denn da los leute was ist denn hier los mann 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 die stelle fertig die stelle stelle und ja da können wir ja echt mal noch irgendwann was anders hin bauen ne ich muss mal gucken was wir da noch hübsches hinbauen wollen wir gucken einfach mal wa brennt denn hier was weg oder was ist hier los ach was ist denn hier unten achso ok oh hier ist aber echt gefährlich hier mit dem absturz und so muss ich sagen das ist einfach mal ganz planlos hier angefangen heute ganz planlos heute dieses game angefangen na ich wollte einfach mal was aufnehmen leute ich hab gedacht jetzt machst du mal wenn du wieder auf arbeit gehst ist ich halt blöd ne das ist blöd egal das machen wir jetzt hier mal schnell runter jetzt warte mal ich will aber hier mal noch ein bisschen wenigstens das hinbauen wie weit ist denn da hinten eigentlich ok man könnte ja eigentlich auch so einen weg hier runter bauen ne in dieses ding hier unten aber da müsste ich dann noch ein bisschen die verhuscheln und so muss ich mal gucken und was ich auch machen müsste mal ist ähm ja viel halt ich muss viel machen hier noch viel 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 gut das macht jetzt ja auch nix kriegt man schon irgendwie Surrender haben wir ja mal gesagt haben wir noch viel viel Zeit so in etwa war das meinstens wenn man hier rauskommt dass man schon mal nicht immer in den halben underground hier rauskommt sondern hier rauskommt einen Weg nach unten da müsste ich vielleicht erst nach oben bauen von da unten nach oben bauen das wäre vielleicht die Idee mit so Stufen da habe ich jetzt 19 Stück schon dabei aber das war mir jetzt nicht anfangen gut dann machen wir da hier lang wow die Geräusche so ich hoffe das speichert hier auch automatisch wie es halt immer macht ich nehme es mal an dass es das heute wieder macht wir nehmen es einfach mal stark an hier ist aber dunkel und hier können wir uns eigentlich noch ein bisschen habe ich noch ein paar Fackeln dabei ein bisschen durch ähm forsten sage ich mal vielleicht finden wir ja hier auch noch irgendwas anderes sage ich mal irgendwas anderes halt schwupp ach haben wir hier weiter gebuddelt ich weiß jetzt gar nicht hier gehts überall überall ein Wegchen ne sage ich mal so jetzt habe ich keine Dinger mehr hier ah oder da haben wir noch ein bisschen was haben wir da dabei ja Leute perfekt so wir können ja eigentlich ein bisschen schon noch rein buddeln weil ich finde ähm so einen kleinen Weg wir wollten ja wie so eine Basis also wie so eine Hütte kann man schon herbauen so perfekt perfektikos da können wir ja mal speichern äh ich meine da können wir ja mal ein paar Stufen irgendwann bauen dass wir die dann ähm da unten dann mal noch gar hinzimmern irgendwie also dass wir halt irgendwie so eine so eine Treppe von da unten nach oben oder so basteln da müssen wir dann auch mal den sonstigen Weg hier lang laufen das ist ja vielleicht eine Idee mal ne sag ich mal so das wäre mal eine Idee jawohl ich habe die Fackel ganz woanders hier mensch hopp und da mal rauf wollt ihr so ganz oben wollt ihr so haben man ja jetzt habe ich es perfekt genau dann kann man mich hier so ein bisschen so einen kleinen Raum her basteln dann kann man auch ein bisschen mal ein paar Truhen lagern oder sowas halt ne habe ich mir gedacht und dann wird das bestimmt ganz hübsch werden hier ne so nehmen wir das mal an das es hübsch wird ne haha Mais das ist schöne Musik also ich finde das gerade eine schöne Musik irgendwie Pfff Perfekt so gut dass wir vielleicht hier diesen Raum erstmal machen ist halt ein kleiner schmaler Raum gut wir können dann noch ein bisschen in die Breite gehen das macht ja erstmal nichts was ist denn das Feuerstein können wir ja ähm bisschen schon mal ein paar so Steine hin auf den Boden klatschen da können wir ja dann noch ein bisschen weiter auch noch aus ähm also in die Breite können wir ruhig dann noch ein bisschen gehen aber erstmal hier diese Steine schon mal ein bisschen auf den Boden uh und da müssen wir auch noch ein paar Steine müssen wir auch mal irgendwann nach Formen gehen weil ich habe echt nicht viel glaub ich mehr gehabt Dächtig sie mindest so jawoll Perfekt so machen wir das so machen wir das so machen wir das so jetzt haben wir hier das ein bisschen hübsch gemacht wir brauchen aber wie gesagt noch ein bisschen mehr Steine ähm mach ich jetzt gar nicht wie viele Minuten ich jetzt schon wieder hatte kein Plan ich muss erstmal zurück gehen äh ne zurück wollte ich gehen pfff nicht durchstrampeln wir wollten zurück gehen so genau wow ein lautes Geräusch so jetzt haben wir nachts hier drinnen das ist cool okay wir können auch mal noch auf so eine Reise gehen ein bisschen erkunden oder sowas hier kannst du dich ja echt dort ähm arbeiten dort erkunden na ihr wisst schon wie ich es meine ne also hier ist immer was Lowes Action boah und ja Holz wie soll man noch abfällen ach da haben wir noch richtig gut zu tun aber mit den Hunden das ist echt ein bisschen blöd ne sag ich mal so jetzt habe ich zwar diese tollen Ställe aber irgendwie werden die ja immer zu bekriegt meine armen Tiere hier weiß nicht wieso das hier so ist und irgendwie hat es ja doch ein erwischt ne ich habe ja jetzt ein Stück Fleisch aufgesammelt keine Ahnung was da los ist also wir haben hier Schweine und äh Schafe drin okay na gut warum nicht Doppelt hält besser ne hab ich jetzt aber gedacht ich habe hier nur ein was drin aber okay aber wie habe ich denn diese Kühe genau die haben wir immer noch keine äh gesehen oh das hat geklappt der Videoclip wurde gespeichert jetzt müsste ich aber echt aufpassen dass wir ähm nach 15 Minuten sogar den Stopp machen weil das ist ja dann nimmt es ja dann nehm ich nicht mehr auf ne diese nächsten Clip ist eigentlich auch schade dass die Clips nicht nacheinander aufgenommen werden finde ich nicht so ganz waah optimal ich will jetzt mal meine Taschen ausleeren ach im Lager wollten wir auch noch bauen haha ha da was war da noch da war da noch was gewesen genau da war ja noch was da war ja noch was siehst du was ich noch alles machen wollte aber glaubts kaum Moment mal was habe ich denn eigentlich hier noch drin ah ok stimmt ein Lager wollten wir bauen das ist das Problem hier das ist noch ein Anliegen das Anliegen war noch hier ne weil wir immer keinen Platz haben hier in die Taschen oder haben wir denn nicht das hier muss aber woanders hin das muss glaub ich hier rein ne dachte ich mir so oder Moment also hier irgendwo mit dächtig ne ja genau da haben wir doch schon huh schon was da so Fackeln können wir aber noch ein paar basteln wir haben hier noch Memisch Kohle habe ich gesehen wo sind denn jetzt die Fackeln wo sind denn jetzt die Fackeln wo sind denn jetzt die Fackeln ich glaub die haben wir hier irgendwo ja ja da haben wir sie doch schon die Fackeln ach haben wir da keine Stiggis naja gut 13 ähm langt ja erstmal auch sag ich mal so da tun wir das hier mit rein da können wir das ja auch reinlegen die Äpfel die werden wir hier mit reinlegen Klatsch und diesen Samen halt der Samen muss hier rein der Weizen muss hier rein das muss da drauf das da hin das da und das dann da so perfekt das kann man da langsam ein bisschen wieder in den Grund rein hier ne langsam so einen kleinen Grund kriegen wir wieder rein Steine müssen wir hier drauf setzen so und wir haben gesagt wir wollen Moment was ist denn hier ein Stücki Holz hier ist ein Holz hier ist ein Holz wir haben kaum noch Holz seh ich grad ja Holz ist ein bisschen Mangelware hier bei mir da ist noch ein bisschen Bürger irgendwo seh ich gerade und hier wie siehts hier aus ja nicht so rosig mit dem Holz hier haben wir noch ach hier haben wir aber die Dinger hier könnten wir vielleicht hier mal die Stickis draus machen und dann das hier reinlegen und dann machen wir hier mal schnell ein paar Stickis und da wollen wir nämlich mal ein bisschen Werkzeug brauche ich so dann machen wir noch ein bisschen Stein warte mal Stein dass wir erst einmal haben wir doch Pflastersteine na gut ok erst einmal Steine formen gehen oder sowas weil da brauche ich nämlich schon ein paar so sieht man mit dem Eisen eigentlich aus 64 habe ich habe ich eigentlich irgendwie eine Rüstung an oder sowas ne naja gut ich habe aber keine Monster von da her könnten wir es erstmal lassen oh was ist denn jetzt Phase jetzt schiffts hier ey es ist ja ein Krach meine Güte wir können trotzdem mal drei äh oder zwei solche Eisendinger machen da werden wir einfach mal Steine ähm zwei wir machen einfach mal ein paar Steine formen nochmal schaubeln noch gut dann machen wir gleich mal hier noch was wenn wir dabei sind den restlichen Eisen sind wir mal hier rein oh das ist aber laut mit diesen ähm mit diesen mit diesen Dingsbums hier Eisen Eisen wir wollen aber hier Stein und Stein genau perfekt so okay mhm was noch cool ist wäre eine Werkzeugbank mitzunehmen wenn wir mal haben wir eigentlich sowas noch irgendwo rumlümmeln oh der Regen ist schon ganz schön laut muss ich mal sagen ha Egal der kraft macht jetzt noch einer ist ja wurscht so und wir werden einfach mal durch den Regen gehen und ähm uns eine Höhle was nimm man denn von der Höhle ja was nimm man denn von der Höhle haben wir jetzt schon mal da hinten haben wir ja schon mal eine gehabt ist glaube ich egal welche hülle wir nehmen hier oh was ist das für wetter hier obwohl wir zum stein fahren kann man ja eigentlich in die hülle da unten reingehen das ist ja wurscht. ich habe ja nur stein hab ich gedacht wir nehmen wir noch ein bisschen mehr mit falls wir müssen wir auch noch einen besseren weg mal bauen und hier müssen wir auch mal noch formen. mensch das was wir alles machen wollen. so hier gehen wir mal rein hier wird es auch ein bisschen ruhiger werden hier dunkel hier ist dunkel im dunkeln dunkel 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 so was ist denn jetzt hier los leute was ist denn hier los ich hätte gerne eine fackel gehabt ach da haben wir sie doch stehen wir hier im dunkeln haben wir noch ein bisschen kohle gut dann machen wir einfach hier ein bisschen was ab guck doch mal hier geht es noch weiter rein mensch wisstet ihr das wie ist hier ein schaf oder was hier drin oder was guck doch mal was hier noch alles gibt mensch da war man ja noch gar nicht gewesen was haben wir da hinten von gang oder was ist das für ein loch in der sackgasse ok da kann man ja hier ein bisschen was abbauen die Pilze haben wir auch hier was willst du mehr ne wachsen hier so rum die Pilze so wir kommen von da glaube ich ne mal hier ein bisschen was weghauen von dieser kohle äh was ist denn hier noch eine höhle ich glaub's ja kaum oh hier oben ist das eisen alter schwede so viele höhlen hier was ist denn hier los leute was ist denn da los ich hoffe wir finden wieder nach draußen aber im sinne ja gar nicht so weit jetzt reingegangen warte mal da müssen wir uns hier irgendwie hoch bauen wa hier oben was abbauen wollen kann man da hoch schon na 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 ne da müssen wir noch eins höher bauen aber da müssen wir das hier unten mit weg bauen weißt du jetzt ist nämlich meine Fackel im Weg oh das schifft aber draußen hier meine Güte was ist da denn los hier leute ein bisschen eisen haben wir auch noch ergattert was willst du mehr hier ne alles was das herz begehrt hier leute und da bin ich nur zum steinformen hergegangen ha ha naja man findet halt alles ein bisschen ne hopp haben wir das haben wir das haben wir es haben dichtig ne dichtig zumindest dass wir es haben ja ich denke mal gut dann machen wir hier unten das weg hier hier ist doch das eisen was ist denn das hier vorweg ach da kann man her ok blub 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 hier vorne ist noch ein bisschen eisen das will man gleich mal noch mit hier hier liegt noch die Kohle rum mei oh mei da liegt die Kohle rund ist da auch noch irgendwas oder ne ach ne da ist nix oh das denkst du draußen ist ein Sturm ey ja im Gim meine ich jetzt nicht ehrlich ne im Gim okay Kohle nahm wir jetzt schon mit hier weil was man hat das hat man ja perfekt supi jo dann ist voll der Wasserfall gehen wir wieder ein Stückchen zurück hier ist auch schön hier waren wir schon mal gewesen laut den Fackeln gehen wir da durch hier durchs Loch er kommt glaube ich von da oder ja von da kommen wir und gehen wir nach da und bauen einfach mal ein bisschen oh hier ist auch noch was sehe ich gerade ist auch noch was Mensch Leute was ist denn hier los jetzt kann habe ich eine Kuh hier unten oder was perfekt jawoll machen wir einfach mal so ne kleine Bergerkundungsdor wie man sagt mit allen drum und dran ein bisschen in der Höhle halt wieder ganz speziell in der Höhle hier ist noch Eis äh Kohle so ne spezielle Höhle habe ich ja noch gar nicht ist eigentlich bloß hier unten ne so ein bisschen habe ich mir gedacht aber wir müssen immer mal noch irgendwie noch spezielle obwohl wir können ja auch hier immer rum gruseln das ist ja egal hier gibt es ja eigentlich auch alles was man braucht ne Stein und Kohle und du hast ja nicht gesehen Luftschläuge zack wieder hoch mit mir komm ich nicht hoch hier oder was ist jetzt los hier so ok gehen wir hier weiter hinten war ja dann diese Sackgasse genau kann man ja hinten mal ein bisschen abbuddeln aber dann machen wir uns kurz einen Cut bis gleich